Wischensensor CS60. Höchst flexibel, auch für anspruchsvollere Applikationen. Mit der M12 Wechseloptik lassen sich alle gängigen Applikationsanforderungen im industriellen Wischensensorbereich erfüllen. Durch die Wahl der passenden Beleuchtungsart werden optimale Bildergebnisse erreicht. Digitale Ein- und Ausgänge sowie die integrierten Schnittstellen und Protokolle vereinfachen die Kommunikation und Datenerfassung. Durch IP67 lassen sich Wischensensoren CS60 auch in waschaktiven Werksumgebungen einsetzen. EnvisionEye lässt sich über Upgrades erweitern und sogar komplett individuell anpassen. EnvisionEye sorgt mit intuitiver Oberfläche, performanten Tools und branchenführenden Algorithmen für eine reibungslose Integration und hohe Leseraten. Mit dem Logic Tool lassen sich auch anspruchsvolle Applikationen ohne Programmierkenntnisse schnell und effektiv umsetzen. Über die integrierte Bildkorrektur lassen sich Schattierungen und Verzerrungen zum Bildrand einfach herausrechnen und eine bessere Bildqualität erreichen. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht sichere und zuverlässige Applikationen. Die performanten Wischensensoren der CS60 Serie sind auch bei hohen Durchlaufgeschwindigkeiten eine effiziente Lösung für Positions- und Lagekontrollen. Mit dem CS60 lassen sich Teile auf Vollständigkeit überprüfen und ihre Positionsdaten in reellen Millimeterwerten an einen Roboter zur weiteren Montage übergeben. Die Oberfläche von mehreren Produkten gleichen Typs wird vor der Weiterverarbeitung auf Beschädigungen durch den Wischensensor CS60 kontrolliert. Die Balkenbeleuchtung BIB sorgt dabei für die optimale Ausleuchtung. Zur Dokumentation in einer Datenbank scannt der CS60 gleichzeitig die Seriennummern. Wischensensor CS60 – Einfach ausgezeichnete Bilder. Kostenfreie Musterbestellung und Terminvereinbarung für eine persönliche Präsentation oder Onlineberatung auf dissorik.com.